Willkommen zurück zu Borderlands. Ja, nach einer kurzen Essenspause. Nur für mich. Naja, ich hab Chips gefuttert. Die letzten Partys noch übrig waren. Ich hab Kristalle machen, oder? Ja. Das geht eigentlich ganz schnell. Warte auf mich. Niemals! Kriegst mich niemals leben! Ich hab den Faden drauf gestiegen. Tja. Das kann nur der Kerl hin. Tja. Müssen wir hin? Nach hier dran. Dann müssen wir da runter, eigentlich. Jetzt. Ja, stimmt, hast recht. Später kriegen wir so ne Scheiß-Queste. Müssen wir so... asozial großen Vogel töten. Wo ist das? Fällt sich lustig an. Ist nicht witzig. Weil den zu erwischen ist echt schwul. Passt du. Davor parken. Lost Cave. Ich glaub ich war dann noch nie drin. Noch nie? Was ist meine... Ich will noch ein paar marschen Romul tutti. Ich hab's ja übersprungen. Das hab' schon ganz weit übersprungen. Ich glaub's mir hier ist ja mit jedem Charakter drin. Aber scho, er ist hier nur zwei Charakter na der Stelle. Ich hab' 그게 nur zwei Charaktere auf der Stelle. аться mit Brick, Mark weil das nicht joined, eh's ja auch selber so. Aber wie denn auch noch mal أừng ausge disappear. ein Ding Begrößerung Boah, geil Krabbelwurmlarve Boah, ich hab grad 3400 irgendwas Schaden gemacht Alter, ich mach mit dir hier keinen Schaden Ich in Anführungszeichen weiß nicht wo die ihre Schwächen haben Scheiß drauf, die kriegen meine neue Pist Spüren Revolver Power Sie sind schon tot Ich würd' nur mal sagen Das sind die Schockfesthalte Das, warte, ich zeig dir gleich schon Hier, diese glimmernden Steine kannst du gar nicht übersehen Die kannst du kaputt hauen oder drauf schießen Ach doch, die Quest habe ich glaub ich gemacht Das ist eigentlich ganz chillig Und hier irgendwo liegt Clubtrap und dann müssen wir retten Ich glaub die in die Gesicht ist die ihre Schwäche, ich weiß auch, ich hatte nicht mehr Das war die meisten so Der vergräbt sich Ich hab hier eine meute angelockt Von drei Alphaskegs Von drei Alphaskegs Von der Ich tue die gerade mit der Pistole Sterbt ihr, Krabbelwurmlarve Irgendwie ist cool, wir haben es gerade aufgeteilt Das ist natürlich übel, dass ich die Wichser mit der Panzerung gekriegt hab Du darfst mir ruhig helfen, wenn du magst, ne? Ich muss hier gerade die Schockkristalle aufheben, ich kann nicht Boah, das sind einfach zu viele, verdammt Ich lad nicht mehr genug nach Ich komme Ja toll, jetzt ist es auch zu spät Jetzt hab ich sie gleich down Den ersten hab ich zumindest umgetötet Kevin, du bist mal wieder erfolgreich zu spät gekommen, hast mir nur die Kids gebildet Lieber zu spät, als überhaupt gar nicht Hey, jetzt, wo kommen die alle her, das kann doch nicht sein Die stellen mich hier nur rum Nach Ruhe Ich bin tot Hey Ich lebe wieder Und auch hoffe, ich bin nicht tot Schaffst du es? Das muss ich wieder bewegen Wenn sie mich nicht vorher töten So wie jetzt Hey Töte ihn hier, den Alphaskeg Ich seh nix mehr, ist alles schwarz Okay, dann Ich möchte mich halt wieder überleben Wow Wow, wo bin ich? Man, ey, wie viel waren das jetzt? Fünf? Sechs? Ich bin für sechs Ich bin für sechs Gibt's hier noch was? Äh, eine Kiste, glaub ich Ja Ich hab nicht hier langgegangen Wieso machst du das so? Weil's schneller geht Wieso machst du das so? Weil's schneller geht Weil's schneller geht Wow Das kann mir so unmusikalisch beurteilen Ich bin musikalisch Ich kann nur nicht singen Ja, also nicht musikalisch Alter, wie sich das verteilt, man Wenn du auf den Boden schießt Boah ey, wie's grad aussieht Ich hab dieses Gag Ich schieße lieber Menschen Oder Leuten noch zwei Beine in den Kopf Den Viechern, die machen nie ihr Maul auf Oh, das wollte ich jetzt gar nicht Wenn sie es aufmachen, dann habe ich keine Muni gerade Auf, verdammt an hier Wo kann das denn jetzt schon wieder? Geh sterben, du Mistrie Mein Schütz macht saumäßig viel Schaden Wenn dem nichts so wäre, wär's sein Schütz ja auch scheiße So wie mein Vogel Hey Nichts gegen Vögel Nichts gegen deinen Vogel Du bist ein Vogel Und der Vogel Achso, skillen Der Super Tuck ist übelst schwul So, 80% Magazinkapazität Jetzt hab ich 16 Schuss Da geht's zurück, oder? Da geht's zurück, oder? Nein Yay, dass noch mehr große, böse Gegner Die man wohl handelt Böse oder nur groß? Beides Ein paar Unterschiede Passenkiste Hey, der hat mich runtergeschubst Sonderes Klappi Was war das denn? Pass doch mal auf deine Mistrieche auf Was denn? Der hat mich genau reingeschubst Und was denn? Ich bin oben gewesen Das ist ein Sniper Ops, ich hab grad ne Waffe auf dem Die, was für dich wäre vielleicht Ops Kommt doch noch so'n Vetter Geh weg von mir Noch einer, Mann ey Freckt doch alle Brauchst du Eine Anni's Van Essen Die was aufgenommen, oder? Alter, ich hab den Kehr 5 Critz Reingaube vollendlich gestorben Es ist ja Es war ein Fetten Mindestens 5 Ich hab mich anzuschießen Geh lieber sterben Und das macht doch mal ein Scheiß-Eff-Taste Ach, die sind ja schwach Ja Ach, ich hasse Skag Die sind voll schwul Ja Die ficken sich einfach so gegenseitig in den Ohr Ja Zwei Snipers Toll Ich freue mich Hörst du mich jubeln? Wuhu Ja, ich hör dich jubeln Und ich genieße es Und ich hab auch ne Shotgun gefunden für dich Ich hab die immer Shotgun Falls du's vergessen hast Ja Ich mach mal 11,21 und das ist zum Spiel Ja Was kann denn sein? Ha, ich bin gut Wow 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 Ja Was soll ich machen? Äh, 11 mehr Schaden und dafür 0,2 ähm Feuerrate weniger Und die Magazingröße geht ein bisschen runter keine ahnung du bist hier der sniper ja ich glaube ich nehme die neue sniper außerdem ist die rot cool aus ich bin jetzt level 19 ich kann die feuersniper benutzen jetzt erst ja jetzt erst ich bin schon eine weile aber habe trotzdem noch nicht so viel vom Leben wie weit ich bin sie gehen und ich habe noch zu seiner Reinsen und Schaden und schwul und ich versuche das jetzt ganz gut gegen die ganzen Missfächer hier okay um Kälter genau sind witziger um klärt jetzt zu retten ist und ich mich schon nicht so schön